So Leute, ich glaube Werbung ist vorbei. Wie? Es gibt jetzt ein Live-Guide Leute. Wie belegt man ein ordentlich gut professionelles Toast? Man nehme Toast mit Butter. Muss drauf. Man nehme Salami, Pfeffersalami. Hier so eine, so Dinge halt. Oh, das tropft sogar. Rip. Dann in meine Tastatur pen. Dann nimmt man aus dieser Dings hier, nimmt man raus. Am besten einfach alles. Dann teilt man das in der Hälfte, in der Mitte. Zack. Und dann leckt man es drauf. Pferdach. Richtig, richtig. Wenn du gegettet wirst, ist auber. Scheiße, jetzt haben wir ein Problem. Obwohl er... Ja, nein, 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 ja, ja. Ich wette, die Vision verloren. Ich wette so hart da drauf. Doch nicht. The Radiator, der ewig, holy shit. Der hat drei Jahre Cooldown. Lick you down. Lick you down. Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa. Haha, getroffen. Hat nur keinen Schaden gemacht. Haha, war getroffen. So, machen wir noch einen Caster weg. Ein Le-Caster. So, jetzt haben wir auch... Das Ding ist, wenn sie meine e-blockt, dann kann sie meine ult nicht blocken. Schön. Ich werde... Ur-Gott. Das ist ja ein richtig cooler Champion. How are you six? I leveled up from five Ich glaube die beste Erklärung ist die Dass Männer Eher handwerklich arbeiten und deswegen auch auf dem Bau Während Frauen eher im Büro arbeiten Und zum Beispiel im Friseurladen Und die Männer im Bau halt in der Sonne ausgesetzt sind Und jeder weiß, durch Sonne wächst man, so wie die Pflanzen Und deswegen Sind Männer größer gewachsen als Frauen Die ja drinnen gearbeitet haben Ich glaube das ist die beste Erklärung warum Männer größer sind als Frauen Ah das war auch komplett broken am Ende alter Es war so broken Ich war broken Ich war broken Sie enttet sie enttet So viel love tonight Nein Nein GG Bro Ich hab in Winnie dies gleich Bro Welcome What is going on Welcome was hast du Ein Schuh Uhu Ja da ist das Projekt Ziel Aber diesmal wollte ich es noch nicht blocken Weil es useless war Okay das ist jetzt ein bisschen reutig Aber ich glaube das schaffe ich sogar Okay das ist ein bisschen viel Ich kann nicht springen Alter ich bin ein Möbelmoth Ich kann Ich konnte nichts machen man Ich bin da rumgedoodledadled ey So das ist er glaube ich Findet ihr den Song so geil Also das Video fand ich cool Muss ich zugeben Das Video fand ich schon cool Lief das auch vor der Vor den Worlds Bestimmt oder Ich find der Kali sieht halt insane aus In dem Video Die ist halt richtig crank Wer ist das nochmal Ist Kaiser ne Ja Aber Stop jetzt müssen wir Ich meine ich achte ja auf alles ne Ich achte auf alles Hier sieht das aus Als es hat sie übel die kleinen Brüste Und in game hat sie riesige Taschen Wollte ich nur mal wählt haben Ähm Das hier wer ist dir ist links Wer ist das Also das hier ist Evelyn Ari Ist das nicht sogar 5 Oder sind das nur 4 Das hier ist Ja das ist Akali oder Evelyn Ari Kaiser Akali Ähm Ich Also ich von Von hier würde ich sagen Dass Akali am geilsten aussieht Kaiser Man sieht halt hier schon Man sieht halt schon die Unterschiede Am Buti ne Man muss das ganze richtig analysieren Hier ist halt so eine richtige Vielleicht ist hier ein bisschen unglücklicher Akali Aber ich kann mir vorstellen Dass Akali hat ein Fokus auf andere Sachen liegt Zum Beispiel auf töten Ne Während Kaiser Ne Was gibt Black Day Macht Das kleid hier finde ich halt nicht ganz so geil Muss ich ehrlich sagen Also geht's Ist okay Ja was soll ich machen alter Ich meine unten unsere Botlane Ich muss alles auf die Botlane fokussieren Die ist noch voll gut dabei Mit 4 1 Ich glaube wir können auch mal in die Mitte Noch vorbeiswaggen Hallo Den habe ich boy Jetzt gibt es nämlich Action Leute Fucking Ha Die Ult Leute Habt ihr die gesehen In sein fucking Gesicht Mit 1% AP Einfach mal die Disrespect Ultschelle Ultsched Solo Leute Wir haben auch wieder Prädatoren Prädatoren Wie heißt das hier Ähm Bivido della Acacia Let's go Leute Ich mach den Bivido Leute Äh Ich bin schon wieder tot Wir drehen mal ne Runde Ähm Ja jetzt geht's mir besser Ähm E Ah ich wollte nur den E machen Ne Wieso springt der rein Hä Jetzt war safe Ich hab nur E gedrückt Wirklich Passt auf Ich hol den einfach mal Obwohl jetzt kommt gleich bestimmt ein Game Der ist jetzt auch nicht so speziell Aber Ähm Ich wette wenn ich jetzt aufstehe Kommt ein Game Ich wette Ach ich wusste es leck mich Ha 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 Later 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 Ich wollte es geben Ich spielen So Der Klassiker Leute Wenn du weißt es so Schaffe ich vielleicht noch die 1400 Dieses Jahr Ja Gg Bin Platinbock Und will Ja dann ran Ab damit Und let's go Wie spielst du die Lieder Ähm mit meiner Bauchflöte Mit meiner Bauchflöte Und mein Fußpiano Komponiere ich die nebenbei Jetzt gerade zum Beispiel Mit meinen Füßen Rechts Links Links Rechts Und meine Und Bauch Vorne Hinten Bauchflöte Schwer Leute Lernt Also wenn ihr Bauchflöte lernen wollt Insane schwer Oh my god Jetzt geht es ab Ähm Also Keine Ahnung Bushido Ich glaube ziemlich viel Bushido Ein bisschen Kolle Weißt du Rammstein Nee Rammstein gar nicht Einfach Ich höre das was mir gefällt Nix geht über Metalcore Nightcore gibt es ab und zu auch Aber Also Nightcore ist natürlich auch gut zum Also ich weiß was Metalcore geschrieben Aber Für Sport Aber das fuckt nach einer Zeit Übel ab Alter Leute Jetzt kommt der Beat Der Drop Der Drop Leute Schlafe ich Heute Nacht Ich erheim Nice Überge... Ich DJ Einfach DJ Main Leute Einfach DJ Main Für mich ist Tobi Mega Toxic Nice Ernst gemeint natürlich Okay Ähm Weil ich bin Meister Des tockenden Humors Leute Ich sag dir Du siehst schön aus Und jetzt weißt du nicht Jetzt weißt du nichts Tobi meinst du das jetzt ernst Tobi Was soll das bedeuten Pierre Masu ist der beste Spieler Lieb Ja war Miroslav War übel Miroslav Weil das Das Ignite hätte mich umgebracht Das Ignite hat aber aufgehört zu ticken Während Also es hat nicht aufgehört Aber es in Also ja Ähm Justice Späßler Alles gut Alles gut Leute Ihr habt mich Ja ist ein bisschen greedy Aber Ich wollte eh base Nicht alter Bitte nicht Oh gut Rundenfreakill Geil Ja wieso ist der da runter geflasht Ja ok Vielleicht für den Dragon Aber er hat der anscheinend ganz mad gehabt Oh du scheiß Trottel Adrodel Kann man sagen Adrodel Der Traudel Die gute Traudel Na guck mal ich hab geintet Ich war 2,8 oder so Ja und bin ich mad oder so Ich bin der goodest Adikain Und trotzdem bin ich nicht mad Weil Die haben Lysin und Das Ding ist Lysin und Leblanc Leute ist Autolose Lysin Leblanc In one team Ich hoffe ich überlebe das Ist Auto Boom Oh Verdiener Play Inzwischen Es wäre Es wäre kein Verdiener Play Wenn nicht mindestens er dabei sterben würde Und der teammate Wo er ihn gekickt wird Ne das hier war gleich so ein Disney Lied Oder So Leute ich bin ready for Gangs Und for Farming top Man nennt mich auch den Top Land Farmer Guten Tag Welcome Weißt du erstmal Fragezeichen ping Alter ich farm jetzt eine Lane komplett durch Alter Was ist hier Mann ey Junge ey Why push Dude Ich weiß nur Das Babes in Bezeichnung ist Für ziemlich heiße Girls Aber das ist auch alles Das ist eher nicht You are retarded Null Gang You are retarded Null Brain So hier Jetzt kommt ein Gang Und entweder klappt jetzt noch nicht Hier Hier Bro 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 Alter Ist mir jetzt egal Ey Nee Fick dich Alter Alter No Gang Oder was Ich bin jetzt egal Ich bin jetzt egal Ich bin jetzt egal Untertitelung des ZDF, 2020